Ich tanze gerade. Ne, lass es lieber sein. Man sieht ja keiner. Aber die Kamera aus, tanze trotzdem hier, ganz alleine für mich. Achso, da tanze ich gerade, so im Spiel. Na? Hallo und willkommen zurück bei Keep Up Survival. Wir starten in einem neuen Tag, gerade 6.30 Uhr knapp. Wir wollen jetzt zum Sulfur fliegen mit euch. Da ist ein kleines neues Dörfchen. Wir brauchen eh Sulfur und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Juppia, yay! Oh, schön. Das ist zwar eine doofe Stelle zum Kriegen. Räume, viele, viele Räume. Ja, lass uns mal hier links nochmal kurz. So weit komme ich ja nicht wie du, glaube ich. Ich stürze schon ab. Links. Genau, hier. Da komme ich nicht mehr hin. Doch, komme ich. Ne, komme ich nicht. Oder komme ich durch? Komme ich. Doch. Man sieht ja noch den Weg, das ist ja ganz cool. Können wir nämlich von hier unten. Fliehst du schon wieder? Ne. Ja, ich würde jetzt losfliegen. Ja, schön. Ja, jetzt kommen wir noch auf den Weg, glaube ich. Sehr schön, das war. Man soll jetzt auch ein bisschen weiter fliegen können. Schön. Ich weiß jetzt nicht, ob man unbedingt weiter fliegt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, kommt mir jetzt nicht so vor, aber dann lasse ich mich gern. Das ist besser. Wir könnten hier rechts auch noch auf den Berg hoch und dann direkt zum Sulphur runterfliegen. Können wir auch noch versuchen. Wo ist die Straße? Also wir landen gleich auf der Straße, wenn ich nicht im Baum lande. Aber hier war früher immer ein Weg und keine Straße. Okay. Da bin ich. Da war immer so ein Weg, wo man auch so ein bisschen eingesunken ist. Stimmt. Und Lampen und so waren die auch noch nicht. Aber jetzt. Willst du jetzt hier hoch? Ja. Gucken, muss man hier umkommen. Also es ist natürlich jetzt so ein bisschen friemällig, die Wege zu finden. Weil die Bäume jetzt da sind. Das war immer so ein bisschen viel fremdlich. Das ging doch hier irgendwo hoch. Ach hör du Puff. Oh nein. Oh hier ist tief. Jetzt gibt es hier einen Graben. Oh warte. Na ja gut. Jetzt hängen wir hier. Na ja. Da wo Bäume sind, muss es doch hoch gehen. Wo oben's? Wo oben's? Hoch. Sagst du so. Ja, geht da hoch. Noch. Folge dem Baum. Hm. So Baum und Moos und Wiesen. Zeug irgendwie was. Okay, ist wieder Feierabend. Komm, gib uns noch ein Stück. Komm, gib uns hier rein nach oben. Komm. Gib uns mehr. Nein. Mann. Garst du jetzt spielst. Scheiße. Okay, dann nicht. Dann müssen wir hier drüben vielleicht hoch gehen. Das ist ja noch so ein linker Pfad. Das war hier einfach nur... Äh. Hier so lang. Hier. Hallo. Guten Tag. Nein, 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 nein. Ich will ja nicht runter. Ich bin doch hier immer hochgelatscht. Falsche Stelle wahrscheinlich. Komm nicht weiter. Hier ist Gras. Oh, hier ist Moos. Ah, es fällt, es fällt tief. Dann drück Kuh bevor du stirbst. Du stirbst noch nicht. Wo bist du denn? Einfach hangeln mich hier an den Bergdingern lang. Können wir nicht einfach einen normalen Weg laufen? Doch, hier ist ein... Ah, siehst du, hier kommt eine Kuhle. Wo ist denn? Ich weiß nicht, ich stürze gerade ab. Kommt so eine Kuhle, die sieht wegehbar aus, aber... Sieht wahrscheinlich nur so aus. Wir wären schon längst da, wenn wir jetzt nicht durch die ganzen Felsen hoch und runter versuchen würden, einen Weg zu finden. Ah ja, stimmt. Aber wir sind doch hier drüber gelaufen und sind doch immer zum... Oh, zum Sulphur geflogen. Eigentlich. Pauschal. Wo bist du? Da ist doch ein Turm. Da oben. Wo denn? Ja, hier, ich bin hier, wo es leuchtet. Hier. Das leuchtet nirgendwo. Hier leuchtet das, guck. Hier, hier, hinter dir, hier. Hallo, leuchtet hier. Komm rüber. Irgendwie so. Guck mal, da oben, da oben, da oben. Da klotzt wer. Wer denn? Das ist ich doch nicht. Gehen wir jetzt hin. Nein, vielleicht sind die Böse. Das ist bestimmt jeder... Wer ist der denn von Heidi, der Opa? Die stehende Katze. Die stehende Katze ist der Opa von Heidi? Nein! Hier geht das, hier. Wo denn? Na, links daneben. Oh, links daneben. Noch links, aber. Also, Männer links. Links, Männer links. Geh links. Das ist das wahre Links. Noch mehr Links. Noch mehr Links. Noch mehr, bis du eine Falte siehst. Links. Ja, links. Ja, ich bin links. Ich bin links und du bist rechts von mir. Wenn du nicht die Richtung kennst, dann tut es mir leid. Aber links ist links und ich bin an dem Turm. Wenn du nicht links oben kannst. Du bist schon am Turm. Ich warte hier unten auf dich. Wenn ich sage, wenn du sagst die ganze Zeit links, dann gehe ich natürlich links. Und dann bin ich auch da. Wenn du eine falsche Richtungsangabe in deinem Kopf hast, kann ich dir leider nicht helfen. Dann sag doch, dass du schon oben bist beim Turm. Links. Süß. Ich bin schon im Turm. In meinem Turm? So ein Firewatch-Turm. Ja. Firewatch-Turm. Loot ist alle leer. Mhm. Hab ich. Ja. Komm, wir gucken hier. Machen wir mal ein Bild. Looting. Stell dir mal hin da und klotz runter. Wohin denn runter? Zum Schloss. Mal deine Focke raus. Ich will ja. Kann in dein Gesicht klotzen. Du bist ganz schmutzig. Und du bist ganz hässlich und blutest. Was ist er? Was sagt es zu mir? Okay, dann. So. Und so. Und dann. Dann sind wir wieder unten. Links. Ja? Musst du ja nach links und geradeaus? Dann fliegen wir zum Suchen. Wo bist du denn jetzt? Na links. Hier ist kein links. Also hier ist keiner links. Dann guck dir. Nimmst du jetzt an. Yummy. Natürlich. Oh, hier verliert er nicht so schnell in Höhe. Ja, wir sind hier aus. Eigentlich müsste ich aus der Map rausfliegen. Mal gucken, was hier so erscheint. Es sind eben viele Bäume. Man sieht noch nicht so viel. Ja, Straße. Fliegt man da links. Oh, da ist ein Fluss, der in den See mündet. Okay. Oh, schön. Wasserfall. Ich fange beim Fluss an. Ja, Wasserfall ist relativ. Sieht so aus, wenn man... Nee. So. Und eine neue Brücke. Oh. Was ist dahinter? Ein Container? So aus wie ein Container, ja. Ein bisschen eine Bühnebaum in das. Oder ein Hänger. Oder was ist das? Ja. Ja. Anhänger, Hänger. Ja. Stimmt. Der sieht aber... noch recht neu aus. Ach, wir sind hier und nicht alleine. Der hat nicht... Der hat nicht... vermostet oder so. Der ist nie. Okay. Brücke. Schön. Neuer Doku. Hier hinten ist so ein kleiner Wasserfall. Stimmt. Aber der mündet nicht... Das muss ich mir von unten mal angucken. Ja, der mündet nicht in dem See, oder? Wiss nicht. Oder doch? Das ist der See so tief. Da ist so ein Häuschen. Oh. Ja, hier sind mehrere kleine Wasser. Oh. Schön, wa? Oh, scheiße. Ich bin ins Wasser gefallen. Hier kann man auch wieder Wasser holen. Also hier ist nochmal... an den Bächlein. Was ist denn da? Hier räudet den... schön... in den Stall. Das ist aber nix. Noch eine Brücke. Hat doch enttäuschtet von da. Also mündet der... der Flusslauf doch in dem See. Sehr cool. Oder? Ja, sieht so aus, ne? Hier ist Schluss. Hier läuft's rein. Ja. Aber ist ein anderer See, oder? Wo ist denn? Wo ist denn? Wo geht's denn? Masch. Da ist ein anderer See? Ja, der ist so abgehackt da und da hinten ist ja schon wieder Land. Dann ist die Ecke hier generell ein bisschen anders gestaltet. Ich krieg's. Ich krieg's. Ich krieg's. Ich krieg's. mit Wasser warm. Also, soweit orientierungsmäßig bin ich ganz schlecht. So auf die Strade. Wir haben viel mehr Sulfur-Steine und die sehen viel geiler aus. Ja, find ich auch. Auf jeden Fall. Ist geil. Sieht schon schön aus. Hat er schön gemacht. Da ist noch ein bisschen, ja, und zwar noch ein bisschen viel Spiegelung so drin, aber sieht viel geiler aus. Ja, doch, wenn du jetzt hier oben bist, so klein war der See nicht. Nee, ne? Seid ja. Nee, 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 nee. Den hat er ein bisschen, den hat er ein bisschen kleiner gemacht. Dafür das Sulfur ein bisschen größer hier so. Und jetzt noch das Dörfchen da unten ab. Das sieht schon ganz cool aus. Du bist da oben. Ich seh dich. Hiddler on the roof. Oh, wo? Das sieht mich an von da. Ja, doch. Schön versunken, das Dörfchen da. Nee, auch schön. Oder die Industriestädte. Keine Ahnung, ob das mal so ein kleines Ding hier war mit... Wo die das abgebaut haben. Hier so eine kleine Fabrik oder so. Die Türen funktionieren noch. Hm. Nee. Ja, ja, ja. Man hat auf jeden Fall wieder ein bisschen was zu entdecken. Ja, sieht doch sehr geil aus. Schön abgeranzt. Alles passt wieder richtig schön drin. Na, man fühlte doch so ein bisschen, dass das hier so ein altet, verlassenet Ding ist. Geil. Na, wird früher. Madame. Madame. Hello, Madame. Nee, das war Ecke. Gut, stimmt. Zeigt ein Ohrwurm. Wölfchen schreit. Ja, er hört auch. Er hört auch. Wo ist jeder Eingang? Gibt's keinen Eingang. Doch, hier ist ein Eingang. Ist er zu looten? Nee. Noch ein Wolf. Dann gehen wir zwei Wölfe ans Leder. Hallo. Hallo, Wolf. Was auch da kommen wollen. Er kommt ja nicht hin. Der ist ja gut. K-Hot. Wie komme ich aber nicht rein? Das ist ein bisschen duster hier, oder? Ja, jetzt geht's. Wo ist denn die Sonne? Ah, die Sonne kommt erst über den Dings rüber. Deshalb ist es noch ein bisschen duster. Ist hier in den Wasser, Dinger? Weil hier mal taucht. Tauche. Fischis gibt's hier. Okay. Na, glaube. Nix zu looten. Nee. Oh, es sind viele kleine Häuser so unter Wasser. Das ist schön. Sieht ja ins Hut aus unter uns. Muss ich mal gucken. Schwimmen. Jetzt so fast in der Mitte vom See. Oh. Ja, doch oben sieht man das auch noch. Ah, okay. Das sieht schön sehr cool aus. Geil. Voll entspannt. Die Musik. Das Schwimmen. Das Unterwasser. Schön. Da kann man keine Musik an. Wie kann man das ausmachen? Das ist das Beste an dem Spiel. Diese Hintergrund. Ich hab dir zeigen, wie man das ausmachen kann? Ja, aber du bist ja so doof und so unromantisch. Und unflexibel. Ich bin ein Survival-Gamer. Was hat das mit Romantik zu tun? Wir sind alleine beide auf einer verlassenen... Aber du bist ein Mädchen und ich bin ein Mädchen. Nee, du bist ein Mädchen. Du bist ein Mädchen. Du bist ein Mädchen. Doch, siehst du. Guck mich an. Komm mal her hier. Mädchen. Komm mal her, hier. Ich muss mal hier ein Bild machen. Wo ist hier? Da. Falsche Seite. Hier, hier und hier? Näher. Näher? Na, na. Probieren. Was macht das denn da? Na, ich wollte ein bisschen Wasserwellen machen. Es sieht doch schön aus mit Wellen. Steht denn mehr drin? Da lang oder mal gucken? Dann muss ich mich mal entscheiden, was ich denn als Thumbnail mache. Soll ja aussehen, als ob ich arbeite. Das ist wie auf Arbeit, es soll nur so aussehen. Ja. Ach, der Kerner hackt man ein bisschen. Ja, ich hab schon. Ich hab schon 200 knapp. Recht. Natürlich, ich war fleißig. Müssen wir uns gucken, dass wir nicht die gleichen abbauen. Ja. Da ist noch ein bisschen... Du siehst teilweise, glaube ich, nicht die, die bei mir verschwinden schon. Ah, ja. Da bist du. Dann gehst du denn da oben rum? Ich bleib hier am Strand, oder? Ja, ja. Ich geh hier oben noch. Okay. Wir brauchen ja nicht fördern. Wir brauchen viel Muni, wenn wir nochmal den Bärboss töten wollen. Oh, wir haben ja noch ein bisschen was einschmolzen. Ja, stimmt. Ein bisschen haben wir noch. Kann man noch machen. Mit dem angebrochenen Tag. Naja. Den Turm haben wir jetzt gesehen. Der ist auch echt an einer geilen Stelle. Ich glaube, wir konnten von da nicht direkt fliegen. Wir mussten nochmal ein Stückchen weggehen. Wir haben bestimmt irgendwas vergessen. Bestimmt. Aber die Steine haben eine schöne Textur. Ein bisschen glänzend. Das ist hier bloß so dunkel, weil die Sonne kommt nicht durch diesen Nebel da oben. Ich weiß nicht, bei mir ist es nicht dunkel. Ja, dunkler als wenn du jetzt im Sonnenlicht stehen würdest, meine ich jetzt. Das sind vier mehr Borgung, oder? Ja. Auf jeden Fall. Oh, die ist durstig. Ja, meine auch. Und hungrig. Ich hab' noch mehr zu essen. Eine Krabbe. Am Schwefelstrand. Die Schwefelkrabbe. Die Schwefelkrabbe. Die Boote wollten wir uns da angucken. Ach so, stimmt. Aber das schaffen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr, bis dahin zu laufen. Aber wir schneiden uns da rüber. Ich glaube, ich will mich nicht mehr schneiden heute. Aber ist sie nicht einer, der auch zurückfährt hier? Das wär' sehr schön. Ja, da wär' ich sofort mit dabei. Wo ist denn der Tor? Mal vorhin abgucken. Äh, wo sind wir da? So schräg rüber von hier ist das. Aber der fährt ja nicht zurück, ne? Na, der fährt zu dem Hauptanliegepunkt, oder? Sicher? Ich hab' hier noch nie ein Boot gesehen. Also am Gefängnisstand auch keiner. Das weiß ich. Ähm. Da muss ich mal hier gucken, ob hier einer steht. Was hast du denn jetzt an Sulfu? Ich hab' 300 und bisschen. 300 oder so. Ja, kommt recht. Ja, finde ich. Ich kann mal gucken, ob da ein Boot steht. Bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Mir war so, als wenn man auch zurücktuckern konnte. Wo bist du denn? Unten am Wasser. Gehe links lang. Oh, hier sind die Wölfchen wieder. Geh weg, Kassian Wolf. Einfach zum Landing Place zurück. Oh, hier sind noch mehr so ein Bootchen. Hm, ich seh'n schon. Aus der Ferne. Ein Wölf im Wasser. Ah, den hab' ich grad abgehängt. Irgendwas nagt noch an mir rum hier. Die Pneum. Ernte Pilz. Guck mal, ne Straße. Da ist Landing Place. Da steht, glaub ich, ein Schiff. Oder für mich? Nee, wir können eh nur alleine fahren. Hier sind so viele Kaninchen. Die greifen Kaninchen an. Ja, das ist doch cool. Die tuckern war da. Ja, aber wir können ja nur Einzel fahren. Also, ich müsste ja jetzt ein bisschen anders aussehen. Ach, den kriegen wir schon irgendwie hin. Nee, das geht wirklich nicht. Sprünge ich ab. Das geht ja nicht. Ich kann mich ja nicht mehr bewegen. Na, du musst doch alleine fahren. Ich fahr mit dem Kleen. Nee, fahr mal hier mit Fischerjoppe. Nee, dann kommen wir probierend, wa? Wollen wir das riskieren, oder nicht? Aber ich weiß genau, dass es nicht klappt. Wir stürzen ja nicht ab. Ich geb dir nur das Boot hier. Der fährt zum Fischerjoppe. Ja, aber wir können nicht zu zweit fahren. Weil im Multiplayer geht das nicht schön. Na, dann geh ich alleine rauf. Nee, dann bin ich ja alleine da. Was nützt mir das? Ja, ist egal. Du musst es ja zeigen. Ich kann es ja nicht zeigen. Oder wir probieren es. Geh doch auf die Dore, Brot. Los. Tschüss. Komm. Komm, ich spiele schön. Hock dich hin, dann fährst du nicht runter. Attacke, Kumpel. Wir fahren. Was hat denn der jetzt da für Sachen? Wie würde ich mir da angucken? Ein Kürbis. Ein Kürbis? Ja. Mach auf. Ich sehe einen Kürbis. In einer Kiste. Aber wir bewegen uns jetzt nicht. Nein. 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 Ich zappel ganz doll, wenn du dich bewegst. Das ist gut. Kürbis. Wo fährt denn der Kürbis hin? Nach Halloween Town. Okay. Ich tanze gerade. Nee, lass es lieber sein. Das sieht ja keiner. Aber die Kamera aus. Tanzt trotzdem hier ganz alleine für mich. Ach so. Da tanzt du gerade zum Spiel. Na. Aber der fuhr doch immer ins Fischerdorf, oder? Ja, der fährt auch hoffentlich jetzt ins Fischerdorf. Ja, so ist es mit Umsteigen, oder was? Ich weiß nicht, ob wir von da wegkommen. Der Fischerdorf-Typ hat aber Fischernetze. Links und rechts an seinen Dingchen. Dann gucken wir mal, wo er uns hinfährt. Also wir schneiden euch gleich wieder rein, wenn wir angekommen sind, weil die Fahrt ist bestimmt lange. Und ich will ja nicht hier jetzt groß rumprobieren und auf eine Map drücken oder irgendwas. Ich warte einfach ab und ich nieße, dass wir zusammen fahren dürfen. Aber so bewegt sich die ganze Zeit. Jetzt bist du gleich tot. Du musst still stehen bleiben, weil das ganze Bild wackelt, wenn du dich bewegst. Also wir schneiden euch gleich wieder dazu, wenn wir heil angekommen sind. So, wir sind jetzt wieder da. Druckelt unnormal. Ich weiß nicht genau, ob wir das richtig sehen. Oder ob ihr das seht. Müsst du mal springen, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich bin durch die Luft geflogen. Ich hab ja nichts gemacht. Ich stehe jetzt auf dem Steg. Ja, ich spring mal. Okay. Ja, das ist im Multiplayer noch nicht ganz so prall, aber wir sind trotzdem utilized. Der hält nicht an. Ja, genau. Wir sind angekommen. Ich bin irgendwo runtergeflogen gerade. Ja, das will ich an. Ja, ein bisschen mehr Fischis sind unter Wasser jetzt überall, ne? Also nicht mehr Fischis, aber so ein bisschen mehr Vegetation. Oh, in der Färin ist ein fetter Hai, ey. Kann ich den schießen unter? Den kann ich nicht schießen unter Wasser. Also an den Booten sieht aber nichts anders aus. Der sieht aus wie... Die alte sieht aus wie vorher. Außer, dass ein paar Spinnenweben sind. Der Fischer sieht aus wie vorher. Ich guck mir jetzt mal den anderen an. Warum fährt denn der jetzt los? Da war ich zu dicht dran, wa? Bei mir fährt keiner los. Bei mir fährt gerade einer los. Und hier steht er. Nö, also die Boote haben sich nicht verändert bei mir. Bei mir fährt er gerade los. Bei mir nicht. Kann ich jetzt nicht einschätzen, ob sich's verändert hat. Ja, wie ist das, die Boote? Das ist noch nicht so... Ne, hier ist kein Boot mehr da. Der ist weg hier bei mir. Hier ist keiner mehr. Hat sich aber nicht verändert. Der steht einfach nur so da. Und der Fischer ist auch da. Und die alte... Ach wohl, doch, da steht vorne was. Hier. Steht noch eine Grusel... Wie heißen die denn? Aus Herr der Ringe. Nazgul, nee. Also ein verkleideter. Der steht hier. Cool. Ja. Ja, also das mit dem Fischer... Das ist jetzt... Das ist jetzt... Also Sieg, Fischernetze und so. Fischerdorf, ja. Der linke, konnte ich jetzt nicht gucken. Der ist losgefahren. Das ist einfach ein Fischer. Ob der nun Netze hat oder nicht. Und sie fährt rüber zu den Ruinen wahrscheinlich. Weil hier Spinnenweben und so. Und da liegt nur ein toter Vogel irgendwie auf dem Schiff. Und da liegt nur eine Leiche. Ja, ist sie nicht ein toter Vogel? Oder irgendwer? Oder ein Viel? Ich weiß nicht. Direkt vor uns? Ja, ich glaube, die fährt zu den Ruinen. Weil in den Ruinen sind ja auch hier so die Dinger. Das ist daran erkennbar. Das ist ja ganz cool. Und ein Totenkopf neben ihr auf dem Fässchen. Das ist auch cool. Ja. Ja, ja, ja. Aber man könnte ja auch... Ich weiß ja nicht, ob so was... Wie so was machbar ist. Aber man könnte ja auch... Wenn man mit dem Fadenkreuz über die Uschi hier geht. Über die schöne Frau. Ja. Wenn man... Wenn man das anklickt... Oder rüber geht nur. Dann könnte man ja so eine Einblendung machen. Keine Ahnung. Ruinen oder Sulfur oder wie auch immer. Laute Mucke. Ja. Ich weiß nicht. Bei Madame. So, na gut. Dann haben wir heute ein bisschen was gesehen. Und dann... Ja. Verabschieden wir uns auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge. Das läuft auf jeden Fall. Besser mit dem Boden. Ja. Schön. Ja, na gut. Dann, äh... Hoffentlich bis bald. Wir sehen uns dann wieder. Also, ich nehme mal an, dass wir nicht, ähm... Nicht erst zum nächsten Update wieder eine Folge machen. Sondern wir werden wahrscheinlich mit euch zusammen dann an unserem Dörrchen weiterbauen. Ja, genau. Ja. Also. Ja. Bis dahin. Haut darin. Ciao. 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 Ciao.